Gescheitert als so ein massiver Holzscheit sind wir in der Vergangenheit zwar schon oft gescheitert, doch wir wollen nun uns den Scheitel nochmal richtig ziehen und sagen, es geht weiter hier in der nächsten Folge, Folge 246 von Dränkes Bilders 2. Das wollen wir jetzt natürlich weiterbauen, denn der Zwillingshotelanbau ist noch gerade so im Begriff hier zu entstehen. Wir werden hier mal noch ein paar Handgriffe machen, aber auch woanders nochmal gucken, denn wir wollen ja auch irgendwie hier und dort mal weiterkommen. Und dementsprechend sage ich einfach mal, ja, willkommen, weiter geht's hier auf Tomorrowland. Sonsten 未来風がそっと 濡れた頬を拭えば つらい過去もきっと 吹き飛ばしていく I just keep dreaming, 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 dying 話を聞かせて Es ist ein Schmiedesück, der Sie sich erwarteten. Du und ich bin, die auf den tiefen, der der tiefen, der der tiefen, der ich in der Zmarke trist. Ich bin, dass sich die Schmerzen zu fühlen, als ob die Welt und der Welt auf dem Weg. Ich bin, mit mir und den Pochern. Ich bin, mit mir, mit mir zu denken. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist schon mal gut Das macht mich glücklich Wir können ja, um das Ziel zu erfüllen Vielleicht erst einfach mal Soba pflanzen Einfach mal ein Feld machen mit allem Wir sind soba Und, ähm, dadurch haben wir dann zumindest es erledigt Ich weiß jetzt nicht, was, äh, Nassfeldanbau ist und was nicht Tomorokosch ist, äh, Mais Kann man da nehmen Dann können wir denen das auch auftragen, ne? Haben wir auch ein bisschen Togarash Ein bisschen noch pfeffrig ist Ich hoffe, das funktioniert Was haben wir denn noch hier? Udinas Und sobald wir das Hier müssen wir dann auch erstmal noch ein bisschen Anschließen Das machen wir, glaube ich, auch mit Ich, äh, weiß ich gerade gar nicht Ich muss mal kurz gucken Hier mache ich eine Wiese hin Denn da habe ich auch einen kleinen Plan Gehegt Das mache ich jetzt, bevor ich das vergesse Dann schichte ich hier jetzt mal ein bisschen Wiese hin Und dann können wir hier den Anschluss auch noch machen Und ihr seht Ich baue mal hier, ich baue mal da Überall wird nur was gemacht Hier könnte man auch so schön noch ein weiteres Feld machen Aber ich glaube, wir haben dann genug Und sollten dann mal gucken, dass wir hier noch ein bisschen was anderes machen Wird sonst zu viel des Feldes Deshalb hier schön Bisschen mit grünen Akzenten arbeiten Sieht man auch auf der Minimap, dass sich da gleich was tut Dann wird es auch nicht so langweilig, ne? Wenn man mal ein bisschen Abwechslung hier reinbringt Haben wir denn hier womöglich Ja, genau, das hier Eigentlich muss ich dann hier gleich platzieren Damit wir von dem anderen noch was sparen Und hier reiße ich da Bisschen vom Hang mal ab Perfekt Dann kann man mich hier weiter bauen Ganz fein Hier kommt nämlich gleich noch was anderes hin Was dann noch so ein bisschen Ergänzung hier reinbringt Und das auch ein bisschen Aufpoliert vom Look Ich hoffe natürlich, dass das funktioniert Bin mir doch noch gar nicht so sicher Ob das optisch alles passt Was ich denn geplant habe Hier können wir das glaube ich eigentlich doch damit fortführen Das kann ruhig hier zu sein Hier reiße ich aber noch ein bisschen was ab Damit wir gleich Platz haben So Und just for fun Nutzen wir den Rahmen hier weiter Das hier zumindest Und das wird auf jeden Fall so auch noch weiter eingezäunt Auch wenn hier jetzt natürlich kein Feld hin kommt Ja klar Oder nur genau Aber wir behalten das trotzdem bei Und auf der anderen Seite soll das natürlich auch sein Also setzen wir weiter fleißig Die Flöcke in den Boden Und das machen wir hier auch Dann müssen wir hier natürlich die Türchen hin Denn die Frage ist letztendlich Wie denn auch die Felder hier vorne und sowas Begehbar sind Hier können wir ja von den Wegen aus hin Das haben wir hier schon gemacht Hier würde ich dann sagen Weiß ich nicht Seitlich hier so Machen wir es so Und hier So ein kleines Koppeltörchen Beidseitig kann man das nicht machen Da kommt man rauf Und das gleiche Spektakel Wäre hier auch denkbar Und da hört ihr schon Das wird auch gleich erkannt Das machen wir so Hier wird es dann entsprechend So durchgeführt Und das wird dann dann auf alle Wiedert Ähm Das kann dann ruhig so sein Dass wir dann hier Hochziehen Und hier wäre dann die Idee Da dann mit einer Brücke zu arbeiten Wie gesagt Äh ist noch nicht alles mit Erde Aufbereitet Das kommt dann noch Das kommt hier gar nicht Was hier jetzt passieren wird Ist folgendes Ich mach das einfach mal Mit normalem Holz Und werde das dann Entsprechend aufbereiten Dass das dann Optisch Passt Ihr werdet auch sehen Was es ist Ich mach das gleich mal so Muss auch nicht symmetrisch sein Muss auch nicht Wirklich richtig schön aussehen Zweckmäßig soll es Mal so Das muss man mit einem ganz normalen Türchen machen Oh das muss man mit einem Türchen Oh das muss man mit einem Türchen Oh das muss man mit einem Türchen Wir nutzen jetzt bewusst Diese Säulendinger Mal mal gucken Mach ich vielleicht hier auch Auf Dreierhöhe bringen wir das Und dort klatschen wir dann Das hier rein Und hier ist tatsächlich das Problem Zu viel Block Zu viel des Blockes Das muss alles Abgetragen werden Und dann Ihr lieben Leute Ich mach das jetzt ganz schlicht Ich hab da jetzt keine großen Super tollen Pläne Ausgehackt Aber Ich will dass der Zweck erfüllt wird Und ich hoffe es reicht auch von der Größe Das hab ich jetzt gar nicht grad auf dem Schirm Wo hab ich denn Hab ich denn noch von den Moment mal Oh Hier womöglich irgendwo noch Zu finden Da sind die 920 Lege ich da mal so rum kurz In so einem Gürtel Da schließt er mich an der Wand an Müsst er aber eigentlich schon reinkommen Von der Höhe ne So Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Anbau Ist aber vollkommen okay Hier wieder Von den Säulen Hier könnte man dann reingehen Oh das mach ich gleich Das mach ich gleich Dann will ich das hier mit einer Stufe machen Und Bodentechnisch Was mache ich mit dem Boden Stroh Soll wie so eine Art Scheune sein Ich kann es dir jetzt schon mal erzählen Soll ne Das soll aber Ich weiß nicht ob es wird Oh auf jeden Fall mehr Stroh Könnte man dann auch mit dem Tor hier hin machen Irgendwie Auf vollen Tor Müssen wir ja auch noch ein bisschen Koppel vorgelagert sein Dass es erkannt wird So hoch Ne Kann man eigentlich so machen Und dann hier Entsprechend bis hier ran führen Türchen hier Schick oder So Erkennt er das dann gleich Als Gebäude Ich hoffe doch schon Es braucht natürlich dann noch ein bisschen Feinschliffsmäßig was Die Tür muss auf jeden Fall rein Ich nutze auch mal diese asiatische Tür Einfach weil wir sie noch haben Die Wand reicht glaube ich noch nicht Aber das kann man gleich noch ändern Ähm Müssen wir überlegen Was wir da alles drin brauchen Auf jeden Fall Einen Topf Ich hoffe es ist egal Welche Art von Topf Der Tür war ist mal da Dann landwirtschaftliche Elemente Irgendwie ne Ich glaube wir wollen auch so Stroh So Strohhaufen Landwirtschafts Äh Werkzeuge Und so ganze Kram Das müssen wir alles mal holen kurz Ich weiß nicht ob ich Ein Inventar habe Aber Shido Ich würde gerne Sehr gerne hier einfach mal durch Gehen wir den Weg jetzt durchs Wasser Guck mal hier wächst doch schon was Müssen wir doch eigentlich Und das Ziel schon erreicht haben So was brauchen wir denn alles dafür Ich bin mir nicht so 100% sicher Da könnte man auch sowas nehmen hier Schalten wir mal frei Die kennen wir noch zu gut aus dem ersten Teil Auch nicht schlecht ne Bisschen schlichter Bisschen primitiver Fenster werden auch denkbar Bauen wir ein paar Ach guck mal Da unten ist er Chaco auch Würde ich jetzt hier etwa auch gearbeitet Das wäre natürlich schön Hier Sowas brauchen wir Da können wir gleich mal ein paar mehr machen Kann man ja Fleißig schaffen wie wir wollen Oh und da wird jetzt auch schon angebaut Das ist ja sehr sehr erfreulich Ähm Was brauchen wir denn noch Ich glaube ein Sack muss da hängen oder Ich brauche noch ein paar Säcke Auf jeden Fall Dekotechnisch diese landwirtschaftlichen Geräte Ist das bei der Vogelscheine Bei dem Landwirtschaftskram irgendwie Wo waren das hier irgendwo ne Hier was war das hier nicht Dünger Kügelchen Das ist bei Deko Hier muss das irgendwo sein Mein Blick findet natürlich immer wieder nix Irgendwas was hier Lande schmückt Da Alles für den Bedarf Hier noch ein bisschen Können wir auch nochmal reinhauen Ich hoffe das war's dann So eins könnte man auch bauen Aber ich frag mich grad Können wir das Ah ne da fehlt uns noch Ein wenig Reis Ein paar Reispflanzen fehlen uns da noch Kriegen wir auch noch hin Hier können wir jetzt mal ganz kurz Bevor ich das auch wieder vergesse Dann können wir nämlich schneller weiter gehen Die mal hin machen Passt doch ganz gut ne Das war jetzt nicht gewollt Aber sei's drum Das brauche ich noch Gleich ein paar Dachelemente noch rauf Pappen So Kann ich hier einfach Außenrahmen Kann zumindest hier anfangen Hieran zu kleistern Ihr seht das ist relativ simpel Vom Aufbau Ich will das vorne eigentlich so ein bisschen Spitzdach machen Ich denke das dürfte optisch ganz okay sein Also jetzt auch natürlich kein Traumbauwerk Aber So dass es erträglich ist Das anzugucken von außen Nicht dass man gleich ein Brech hier Brechreiz kriegt Das machen wir natürlich nicht Ja schön wird es nicht ganz klar Aber zumindest etwas zweckmäßig So Na klar Das war perfekt platziert Und so geht es hinauf hier Dann kriege ich tatsächlich auch mein Spitzdach Zustande So wie ich es mir gewünscht hab Ein bisschen Ist natürlich sehr Klischee Sehr Klischee aber Damit leben Das war ein bisschen zu viel abgetragen Das machen wir wahrscheinlich von der anderen Seite besser gleich Moment mal Okay ich krieg doch nicht mein Spitzdach hier Ja Ich dachte grad Hab ich mich jetzt verkalkuliert Was ist denn da los Da wollte er gleich um Ecke Da wollte er gleich um Ecke gehen Gibt es schon? Da wollte er gleich um Ecke gehen Ähm Dann halt so So ne So ne Ach da muss ich erstmal Holz tun darf Ja ist der okay Dann mach ich dann mal ein bisschen Holz drunter Das reiß ich nochmal kurz ab Damit es Auf so nem Weg ist Und dann liebe Leute Machen wir es halt so Auch kein Abriss Da würde ich dann vielleicht so ein paar Fenster noch rein klatschen wollen Aber ich glaub dann nehm ich dann wirklich die Machen wir gleich dann Kleiner leerer Raum Mehr ist das nicht hier Ich würde am liebsten jetzt Die Tür hier noch Machen wir mal Das passt irgendwie nicht ne Vielleicht bauen wir die nach da denn Wenn wir Da noch was reinhauen Wo sind denn diese Strohhaufen Da Ich hoffe das ist dann alles Was wir brauchen Ich bin mir gar nicht so sicher Das ist Das ist ja Warum ne Können wir hier auch noch ein paar ranstellen Können wir da noch einen Strohhaufen hinmachen Das ist alles was wir brauchen für ne Farm Für ein Farmgelände Ich hatte mir das doch extra angeguckt gehabt Ich glaub ich hab irgendwas Irgendwas wichtig Essentielles vergessen Ich glaube es fehlen noch Seile ne Und Holz Seile und Holzscheide Seile und Holzscheide Haben wir noch eins hier noch Und so ein Sack So ein Sack können wir noch hinmachen So ein Sack hinmachen Ach Säcke haben wir ja wirklich extra noch produziert gehabt So ein bisschen viel alles ne Im Moment haben wir noch ein bisschen zu viel Holzscheide Seile Ist das nicht schon schön Was fehlt dir denn noch Spiel Die Wand hier ne Fehlt dir die Wand hier noch Kriegst du die Wand noch Eine Beleuchtung fehlt ihm noch Ne Beleuchtung Er will hier noch ein Licht haben Kriegt er auch noch hier so ne Schäppige So ein schäppiges Lämpchen Zwei so Direkt in dem Strohdingens hier Hier Das nehmen wir wieder weg Ein Kleines natürliches Zimmerchen Kann es sein Dass ich für die Für das Farmgebäude ein bisschen größer In die Höhe gehen muss Oder muss da noch ne Kiste rein Ne Kiste Muss da noch rein Ne Kiste muss also auch noch rein Haben wir denn noch ne Kiste Wir haben ne Riesenkiste Eine Kommode Wir haben keine Nahrer Kiste sonst mehr Das ist dramatisch Aber dann gehen wir mal ganz kurz hier Den Weg nochmal entlang Hier ist ja wirklich glücklicherweise schon Langsam Ist im Leben Dass ihr einkehrt Die Leute arbeiten Und hier hatten wir gleich ne Kiste noch drüber Sogar 15 Na sieh mal eine an Dann wollen wir noch ne Kiste platzieren Die findet dann hier Seinen Platz Und dann Haben wir ein kleines Bauernlager Und somit ein Weiteres Zimmerrezept Fertiggestellt Hier wird dann noch weiter errichtet Das kleine Kärtchen Das freut sich darüber Und da könnte ich vielleicht Wenn wir denn Das hier machen Sieht ein bisschen doof aus Vor allem so sieht das noch Noch döver aus So Ich weiß nicht Vielleicht machen wir das tatsächlich so Ist nix schönes Ganz klar Könnte man vielleicht noch irgendwas schönes Applizieren Anbringen Aber ich bin gerade so unkreativ Weswegen ich das erstmal so lasse Da könnte man vielleicht auch noch so ein Vordach Irgendwie Randkleistern Randschustern Randbauen Das wirkt dann alles immer so ein bisschen größer noch So Halt Mach das nicht Man weiß was es sein soll Hier wäre dann auch irgendwie noch für Räumen ein bisschen Platz Und dann auch noch ein Spitzhackenset Hinhauen Und Nicht zu vergessen Kurz ordnen So ein paar Dinger Ist der Weg dann da so rein Kann ich überall machen Ein paar Jetzt ist ich hier Sieht jetzt nicht gut aus Macht aber auch nix Hier kann man auch irgendwas hinmachen Ich weiß auch nicht ob wir hier die Wand So belassen Und das Innenleben ein bisschen vielleicht nach Drinnen größer machen Das sieht nicht so ein bisschen doof aus Jetzt ist jedenfalls das Prinzip schon mal klar Er steht fest Und hier wollen wir das nächste Mal dann weiterbauen Rückenbauen wie gesagt auch noch Machen wir alles Und ja So soll es ein bisschen mehr Farben Charme Haben Das war es liebe Leute Beim nächsten Mal geht es weiter Und bis dahin könnt ihr nochmal schön kommentieren Like mir machen Ich freue mich auf euch Und verabschiede mich jetzt hier auf den Feldern Und ja Dann bis zum nächsten Mal Gab mich wohl Und auf Wiedersehen Mal siamo Tschüss Am